Willkommen zu einer schnellen einfachen Daueraufnahme. Ich lasse mich noch ins Mikro laufen und spielen ganz normal einfach weiter. Jetzt musst du mich nicht abnehmen, oder? Zweit. Oder was hast du? Zweit. 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 Der Kraut hauptsächlich, ich brauche den ganzen Rennen nur schneiden. Zweitenschein. 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 Das ist jetzt mit demМagin. Das ist hier, die euch von YouTube abonnieren. Und das kommt davon nachdenken. Das hat meine Radisson zu. Ich habe ihn mit der anderen Böden. Kt-1 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 Hecht, alles gesehen Kt-2 Kt-2 Kt-3 Kt-1 und zwar bei der die und zwar bei der die ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gehst du die als Clown? Komisch, das Lecken muss auf Eifel an dir liegen. Ich habe die Gefühle an. Ich habe die Gefühle an. Das ist so schön Oh mein Gott Das ist wirklich ein Blitz von Rauh Ich bin ein Blitz von Rauh Ich bin ein Blitz von Rauh Ich bin da gerollt. Ich bin da gerollt. Na ja, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. So. Dann ist der letzte Feld fertig. Ich sehe nur noch das zweite Feld. Ey, das zweite oder das dritte Feld. Weißt du, was ich meine? Das wird das andere Zeug, was wir noch haben. Karotten. Wie gut. Soll ich dich dann gerne abschmettern? Ich sehe das ja schnell gemacht. Weil ich dann genau den Punkt hab schon. Also wer in erinnern sich wohnt, ob diese Aufnahme die wir jetzt hier machen gerade. Das ist eine Feld, eine und selbe. Wir werden das halt noch in der anderen Teilen wahrscheinlich machen. Gut drauf an, wie lang es wird. Dass ich allzu lang wird, aber keine Freude. Ich bin jetzt aktuell bei 11 Minuten. Wenn ich gut bin, dann bin ich bei 30 Minuten. Wenn ich gut bin, dann bin ich bei 30 Minuten. Ich soll mich eigentlich selber in Karotten machen. Das machen wir mal. Hm. Das ist gut, wenn ich dann schon rein. Wenn ich apoyo das, ich weiß, ich weiß, ich muss, dass wir jetzt nicht gut sind. Das istko, dass wir jetzt in der Nähellen. Das war es in der Nähellen. Das ist doch schon mal. Das ist ja schon mal. Das ist gut. Ja, das ist gut. Jetzt muss ich meine Lippe gekozen. Wie geht das? Du schmeißen das soit. Ich muss ja, was ist. Also nicht das ja. Ui, je, je, okay, gut. Mal am mei. Boah, du kack frisier. Du kommst ja. Um mal wieder weg da. Jetzt muss ich meine Sprecher-Tekatik. Das hat mir gekostet. Oh, es geht aber. Du hättest eine neue machen können. Und ob es gleich hinaus ist. Ja, aber nicht mit der Vater war. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. I need to have a littleine flight. Uhhhh. Ich hab Backett hier in Talons- sold店cates. Ist egal, ist eine Frage nicht. Ja, stimmt, ja. Ich mach grad napfeieraufnahme, also, die Folge wird jetzt, ich mach einfach so, die Folge wird so lang so du saust das mir noch gut. Ich weiß zwar, ich weiß gar nicht wie langs. Du kannst ja dann in den Sonderungen gerne was anderes machen, würde ich nicht gerne abgeben. Okay? Ja, was soll ich denn sonst machen? Das ist ja besser als in den Punkt zu halten. Das ist mir das Problem gerade. So, man ist ein bisschen beschäftigt. Ja, manche Seiten auch. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann bin ich hier so am englischen. Vor allem habe ich so eine Kopfschmerzen und mir so warm. Äh, mir auch. Also das ist so ganz wichtig. Also, wenn du das da fertig hast, dann gehen wir was zu essen machen. Oh. Ja. Und immer das in den Ofen schmeißen. Ja. Über Duschen. Ja. Aber wenn du das mit Duschen schmeißen, dann schmeißen wir das in den Ofen. Also, das sind jetzt ein paar Schritte, die du gerade erklärt hast, das kann jetzt jeder Idiot folgen. Macht doch Lust. Und was machen wir denn dann alles unter der Dusche? Ja. Und es waschen? Und was machen wir denn? Abwochen. Das sind ja auch noch nicht, wo du nicht da kam. Ja. Waschen. Das bleibt dann mit einmal. Doch. Ach, warum denn mit einmal? Ja. Ja. Das hat ja keine Sau gesagt. Ja, doch. Doch. Ihr zwei habt mich ziemlich eingequetscht. Ja. Da kann ich doch nichts dafür. Ja. Ich bin schon böse. Nein. Ja. 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 Da lag Ö auf meiner Seite. Am äußersten Rande. Ja. 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 Kann sein. Irgendwas warmes war da. Extrem warmes. Dagegen bist du nämlich ein Eisblock. Ja. Deswegen sag ich ja. Collins hat nicht gewesen sein, weil er wohl nämlich ein Eisblock ist. Der hat sich so im Bett eingekringelt. Ja. 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 Nur. Ich will nie mal an den Sand von hinten zu nähen. Ja. Ich will nie mal an den Sand von hinten zu nähen. Ja. Ich will nicht einmal das hier und so. Nein. Ich will nie mal an das rein zu Magen. Wir würden dir anfangen, um einen Ruder zu kaufen. Wir würden dir anfangen, um einen Ruder zu kaufen. Ja, ja, das ist so. Was kann ich denn dafür, wenn die Schlitzpizzer das nicht ordentlich kümmern? Kann ich denn dafür, wenn ich es nicht vorhabe? Ja, man kann nicht ein bisschen voraus sehen, meine Rudermase? Ja, kann man. Ja, kann ich nicht. Na doch. Na nicht. In dem Falle sonst. Ne, in dem Falle auch nicht. Doch. Nein. Doch. Jawohl. Seht doch mal, bin ich am Morgen. Aber egal. Ich habe dir den letzten Monat schon gesagt, lass mich das regeln. Aber nein, ich durfte ja nicht. Du weißt ganz genau, was die Schlitzpizzer gesagt haben. Aber egal. Es ist Boogie. Ich warte noch bis zum 16. Und wenn ich es bis dahin nicht geschissen bekomme, dann glaube ich hinterher auch noch so los. So gut ist. Ich habe dir echt mal die Frage, was bezahlt man eigentlich auch das Internet. nichts funktioniert so richtig. Man hat Grotten schlechtes in der Dauer. Und dann auch noch dieses Gesaß. Was. 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 Was für Schweinefinko nicht zusammen. Ah. Mann. Ich habe auch mal eine Uhre die ganze Zeit. Das ist doch scheiße. Ich glaube ich werde die Felder gleich nochmal umgestellt. Ja, ich hab da alles schon gesehen. So, zum Glück eine einfache, schnelle, unkomplizierte Idee. Leipzig, starkes Gewitter. Ich hab's voller Komplizierungen. Sehr freundlich. Ich muss das. Sehr freundlich. Noch einmal, das soll dann wohl sein. So. Mal gucken, was das jetzt war. Das finde ich ein bisschen schwieriger, wenn ich weiter darf. So. 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 Nur weil er ein Eisdorf haben ist. Wir haben wirklich viel Eis nicht. Ja, weil er ein Eisdorf haben ist also. Oh, das Gold ist ein bisschen niedrig und das Redstone. Komisch, da habe ich schon über 7 oder 3 Stunden. Komisch auch. Was ist das für ein Spiel? Ist das auch so ernst? Wie kommt das? Aufpassen. Das ist ein Brünner, oder? Wie ist das? Die Brünner sind los. Neue. Selke Besuch. das geht zu den komischen oh der 1, 2 meh Vorher ändert mein Auto. Ich finde, du hast ändert euch. Ja, damit soll doch mal jetzt unser Ender-Bikeckbau machen können. Das hat wirklich ganz faul. Philipp hat jetzt eigentlich mal was gesagt, ob er das Byrish bestellen konnte. Er hat es dann aufgegeben. Er kommt mit der Byrish-Scheiße. Er hat mir mehrfach gesagt. Er hat Bescheid, ich bestelle, du rufst mir die Kohle. Ich hab mir schon überlegt, dass vielleicht einfach jetzt mal nach der Smartwatch gucken. War auch nicht so schön. Er hat mir besser gesagt, ob er im Berling gerade war. Er hat mir eine Erachterung bekommen. Er hat mir das bei der Smartwatch. Er hat mir alles gut gemacht. Er hat mir immer noch so gut gemacht. Er hat mir immer noch Escape gibt, dann habe ich mir das. Er hat gar nicht so gut wie ein. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. So, alles verfeuert, dann kommen wir an den Ender-Diener. Ich bereite übrigens schon das Nachhol. Ja, aber das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Bereite ich mir vor. Ja. Ja. So, die 11. Ja. Ja. Das ist ein Woodstock. Ja, ich werde ansonsten. Abweich. Ja. 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 Das war's für heute. Das ist ein Hammer. Ich weiß nicht, dass ich hier ein bisschen verletzt habe. Ja. Mhm. Nöööö. Warum du auch nicht bauen willst, wenn du eh weg ist? Ich weiß gar nicht überhaupt, warum ich hier bauen wollte. Wegen Hafen. Ich weiß, dass ich auch einen Hafen nicht bauen. Ist eigentlich, weil da oben wir bauen. Du hast den Platz hier ausgesucht und da ist auch nicht schlecht aus, oder so. Ich glaube ich will nur noch. Weißt du? Ich habe nichts damit zu tun. 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 Ich werde den See ja nicht komplett zu machen. Oh, wenn es gerade so aussieht. Ich fühle es nicht. Dich, ich habe keine Kucke. Ich habe keine Kucke, Kurzer, Aufwandu, Aufwandu. Der ist immer gut. Der ist immer gut, dass ich dich nicht nicht drummacht habe. Der ist immer gut. Es ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und da kommt dann hier später von der Seite lang, links rechts kommt dann noch die Tür Das ist das Grundprinzip des Hauses dadurch Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Okay. Aber einmal habe ich schon was zum Schuss Kraft gemacht. Weißt du das? Was ist das? Was ist das? 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, örneken malos vous La patelle. Ich habe ihn mit ihm geholfen. 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 E-D-A-N Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich hab ihn mit ihm geholfen. Oh, okay, check. Oh, okay. Oh, okay, so we're not mad. How often that is, bro? Still not great how's my phone to subscribe. You want an English by Mix? No. Spears not the name langston. That's different. Watch it where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I weighed the person you are Oh Break out I've got to see Spent all my life holding All of it closely Up late in a sense A feel of discontent Ich pacote, dass es nicht aufhören. So, ich bin komplett aufgeräumt und alles ordnungsgemäß verstärkt. Dann haben wir das nämlich auch fertig. So, dann gehe ich kurz ins Bekleinung. So. Mal gucken, was wir schaffen haben bisher. In der Aufnahme ist eigentlich ein Ruder. Wir haben es geparkt. Ein Weizenfeld. Ein Potatofeld. Ein Karottenfeld. Ein Beeffeld. Ein Weizenfeld. Ein Weizenfeld. Ein Weizenfeld. Ein Anbau links und rechts. Da kommen dann auch Kürbisse und Belohns. So, dann haben wir unser Häuschen soweit, fertig, gestaltet. Hier oben drauf, keine Ahnung, kann man vielleicht mal in den Kommentaren schreiben, was man gerne hier oben drauf haben möchte. Soll ich die Form hier so übernehmen, wie das Haus vorher war, oder soll ich das Haus komplett hier oben drauf setzen? Nö, so wie das vorher war. Ich hätte mal die Kommentare geschrieben. So lange wie ich keinen Kommentar halte... Oh, ich dachte, du meinst, was ist das? Nein, kann man nicht. Ausnahmsweise meinte ich es nicht. Also... Jetzt muss schon einer in den Kommentaren schreiben, aber wenn sie mich in den Kommentaren geschrieben wird, du wirst ja auch nichts bauen oben drauf. Ich muss nicht sagen, was Falsches bauen. Das ist fast ein Fehler. Wir haben dann auch noch... Ach so, ah, Mensch, das Backtäler ist nicht ganz so meins. Ähm... Dann haben wir auch hier noch endlos einen Tunnel gebastelt. Der... Öffentlich noch nicht ganz... Nee. Ne, da fehlen noch zwei. Ich bin noch nicht fertig. Und schon, sprich wieder mein Ding an! Es ist zum Gott's nichts Google. Egal. Dann haben wir hier das noch relativ schön gepackt. So. Ja, aber es ist ja nicht gepackt in der Folge. Oder? In den zehn Folgen... Ist das nicht gerade viel? Und die Folge ist gerade mal 45 Minuten lang. Also das wird eine Folge... Warum würde ich hier ganz schnell kommen? Da haben wir einen Beschnitzel. Also wie wir das Sausabroher dazwischen gepackt haben, ne? Ich bin kurz vor dem Ende der letzten Folge. Okay? Ja, ich bin dann schon in der Arbeit. Keine Fahne. So. Ähm, ich mach gleich. Ähm... Schnucki? Geh mal bitte noch rüber, wir sind gleich so weit fertig. Ja. Geh mal bitte. Ich tue in den nächsten zwei, drei Minuten abwunderieren. Also diese Folge rüber. So. Dann sag ich's einfach jetzt ganz schnell rein. Unkompliziert. Wir haben mehr erreicht, als ich dachte in der Folge. In den Folgen. Ja, nö, ist klar. Der sieht aus, als ob er erschlagen wurde. So richtig unter dem Stuhlbein. Okay. Kurze bildliche Erklärung für die Zuschauer. Wir haben hier eine selten dämliche Katze rumliegen gerade. Die es heute geschafft hat, einen übereinander gestapelten Stuhl runterzuschmeißen. Der jetzt noch so leicht tief übers Sofa liegt. Und die Katze liegt direkt unter dem Stuhlbein. Dass das so aussieht, als hätte ich die Katze mit dem Stuhlbein erschlagen. Und die guckt doch doch. Ja. Und die liegt freiwillig dort. Und man hat das zu sagen. Vor uns lassen von quer einem Kratzbaum, wo nur noch der Korb rausguckt. Wir haben schon Katzen, ey. Ich muss echt mal ein paar Katzenvideos von uns hochladen. Das klappt uns auch keine Seite. Oder du musst mal ein Katzenbild posten. Oder? Ja. Ähm. Ja, okay. Was ja ich sagen wollte. Wir haben mehr erreicht. In dieser Aufnahmesession von 10 Folgen, als ich. Ursprünglich gedacht habe, bin ich fantastischer. Wir raddern da so die Folgen runter. Und da passiert so gut wie gar nichts. Und hier haben wir echt Erfolg. Oder? Ja. Das ist richtig seltsam. Wir sollten einfach mal mehr Vanilla spielen. Äh. Hier kommt es mir so vor. Warum? Eigentlich doch. Ja, geil. Mit dem Blick auf den komischen gespeckten Haus. Sieht mir voll seltsam aus. Ein bisschen von oben mal noch beleuchten. Ehm. 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 Warte. Ich glaube, das kommt noch. Jo. Es ist also oben noch beleuchten. Ähm. Egal. Hätte ich nicht. Egal. 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 Das war's für heute. Okay, damit ist eine Schlafen und wie das heißt, beendet ihr Jetzt ist offiziell die Folge, wir haben jetzt noch schnell ausgefackelt, müsste schon in Ordnung sein wie es jetzt ist, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal, tschau!